Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Absturz Zock GDR Online. Heute mit einer BMX Parkour Challenge. Kann ich nicht. Jungs, ich kann das echt nicht. Ich gleich mal hier das Intro. Ich kann das mit dem Springen und so. Ich hab da echt keine Ahnung. Und der ist aber Pro. Pro Biker auf neuem Level. Kann ich nicht mehr fahren. Nein, nicht mehr. Ich nehme, 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 ich nehme. Ich glaube, man kann auch Kinder. Sei bereit? Ah, es ist ein Rennen. Kein Kontakt. Kein Kontakt drin. Dann muss ich gegen das Störmungs. Okay, du musst bestimmt hochkommen. Ah, alles klar, heil ist. Leer auf. Also, um zu vorne hoch. Ach, du scheiße, ne, okay. Auch nicht. Auch nicht. Straßt total aus. Ganz nennen wir ein Problem. Ja, ne. Du weißt, wie springt man denn nun? Stimmt auch zwei. Ne, mit der da. 1. Oh. Mit R1. Oh, was? Da ein Stück. Teilen und dann losenden Springer. Okay. so lasse auch was 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 ich bin gerade an der Mauer gestorben nun ja vorhin die größte Rezio wo es kann ich nicht drüber jetzt er geht aber auch nicht drüber das ist ein bisschen an und bohrt als bücher wieder vorrekt warum die Welt der zu verordnen mehr und weniger schon die Sprung die Runde ist hier ganz drüben hier ist so ein Weg drüben auch alle KfH die Schönen für die die Hälfte und wiederum mal gefallen alles klar ein ein Leben nach der aus dem Weg wie so ein Kalender im Klienten und in Schiffen in der Welt der Läufer und in Befugung für die Kälte bleibt in der Länderschein aber auch Kalender aber auch Kalender der Uwe ist auch am Start das ist nicht warm und ich bin gestorben das ist ja so lange an er kommt er hat uns gesehen ja es ist nicht wollen johannes mich übertreppen hoch und auch hier unten so ein scheiß schweißbommern b das ist jetzt auch das spielbüro in den anfang auch noch mal an ich wollte nur mit dem geländen wird auch verreckt und erlauben hier wird die Strecke durch die auch mal was soll ich ja ich habe ich weiß ja gleich komplett alles ist was was geht der Online oder das spiel von unten anfangen hier noch mal eine treppe hoch ja ihr muss nun schon wieder die treppe nur mit xxxxx so ganz lange hoch ja ich hing unter scheiß kurve fester verhakt sich das immer kommst du da raus ich stehe jetzt jetzt ist auch gleich vorbei jetzt mache ich das Ding hier aus der Feld hin und es tut Prozent okay Maus tot so nichts nur an die Hände von Schulzki ich verstehe es nicht der Feld hin und ist vielleicht muss ich lieber bei der Treppe anfangen alles klar äh ja und schöne folge ich bedanke mich bei euch auch Ehe kalt ich rast kann doch nicht sein das ist der größte Bumms hingegen machen ich bin zu hoch alles nur auf dem Arsch und tot oder was n ich sag's doch ok noch mal ein Röntgen drehen dass ich wieder die Treppe hoch oder was? so jetzt aber recht geschafft hier zack 5 Runden eingestellt wow was ist das? manchmal kann das ist das bei euch auch so dass ihr schon gedrückt haltet R1 und dann das Verzöger das loslassen kommt ja gut dann bin ich hier nicht der Einzige hier habe ich auch zum Beispiel gerade losgelassen so Jungs wo seid ihr eigentlich? ich weiß es nicht ich weiß es nicht im Kugel Maha ein nein also die 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 nicht mehr zuschauen können jetzt tut mir schlecht das ist so behindert BAM also wie gesagt ist eine Challenge wir wollen die Banken wir wollen die Schatten schon mal na na Abstoß zockt wird aus dem Gewinn. Abstoß zockt. Die BMX-Challenge. Da springt aber auch nicht. Weiter nicht. Ja, springt aber auch noch. Ja, wieder hier starten. Toll, jetzt. Jungs, bei mir ist das Ziel angezeigt, aber ich sehe kein Ziel. Du musst das Ziel. So, auch noch ein Checkpoint angezeigt. Ich habe den Checkpoint ausgelassen. Ich war ja gleichbild. Hm, gleich ist es zu weit. Da springt einfach nicht rüber. Hi, hi, hi. Na, was ist denn? Ja, ich bin am Ziel, Jungs. Zack. Challenge accepted. So, dann schauen wir den mal noch zu. Vielleicht kann ich euch noch helfen. Ach nee, der will ich noch zu gucken. Also die ist außerhalb unseres Gefahrenbereichs. Die hängt noch ganz hinten. Ich will nicht jetzt lang. Mensch, ey, aller. Das ist ja nicht mehr feierlich, GDA. David, hängt hier. Überwartshälfte, Hälfte, Hälfte. Na, hier. Ich weiß, wo ich lange muss. Ich dachte es nur nicht. Du musst ein Respawn. Und dann startst du nochmal oben. Genau, jetzt rechts rum. Hier drüber, genau. Ja, ich weiß. So. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Stück zurück. Jawohl. Jo, 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 jo. Also liebe Freunde, ihr seht hier, da ich überhaupt weg ins Ziel. Das war der größte Mist, den ich je gemacht habe. Richtig geil. Und der ist online. So, beim David läuft die Zeit. David, du schaffst das noch. David hat mir bei mir die Hälfte rückwärts. Also wie krass. Das ist ja, wie geil. Das ist ja, wie geil. Oh, wie geil. Was für ein Bug. Was für ein Bug. Oh, ich hau mich weg. Oh, wie cool. Hast du es noch gesehen, Uwe? Nö. Oh, musst du echt angucken, ey. So, gut. Äh, mit dieser bestandenen Challenge, wir sind erster Jungs. Hm. Drei gegen eins. Ja, ne. Verabschieden wir uns aus der heutigen Folge und melden uns zur nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt. Absturz-Zock-GDR-Online. Danke fürs Einschalten. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ja. Also. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020